willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ja wir gucken uns erstmal schön angriff hier vom arda an arda th 9 hier aus dem clan free to play also ich bin heute mal wieder im freien spiel clan naja ich meine der ein oder andere hat bestimmt hier schon ein bisschen was rein gepäht mal man kann es ja auch schlecht überprüfen ob jemand jetzt wirklich free to play spielt oder ob jemand tatsächlich hier ab und zu vielleicht doch mal was gekauft hat ein pass oder so keine ahnung oder vielleicht mal ein paar gems weil irgendwo ein bisschen was fehlte weil man ein bisschen was schneller haben wollte und er musste sich hier gegen ein rathaus 10 durchschlagen hat auch schön gemacht mit einem ich würde fast sagen lupenrein gola loon allerdings die loons auch wirklich von der anderen seite geschickt ich bin nicht unbedingt so ein freund von so einem zwei bis drei fronten krieg sage ich mal finde ich doch dann immer sehr sehr schwer aber hat er hier gut gesehen dass der hintere bereich super eigentlich mit den loons durchflogen werden kann jetzt hat er keine zauber mehr weil er natürlich nicht als rathaus 9 noch ein zauber mehr hat als wie der gegner also der gegner war ja denn nun schon ein rathaus 10 und dennoch trotz des guten angriff sie hat es am ende ja leider nicht gereicht leider nicht gereicht aber ich gehe gleich ins ergebnis rein das ergebnis ist eigentlich gar nicht mal so schlecht aber trotzdem hängt hier oder hingen hier nach dem ck so ein bisschen die flagge auf halbmast denn wir haben diesen klank verloren also das ist einmal ist immer das erste mal es gibt natürlich schönere erste male als das erste mal in einem clan in clash of clans zu verlieren wenn du gerade eine 20er siegesserie hattest klar musste dieser tag irgendwann mal kommen dass er dann natürlich so blöde kommt und so unglücklich kommt es ist schon ein bisschen schade also ich hätte mir eher gewünscht dass wir so einen übermächtigen gegner gehabt hätten wo wo wir jetzt wirklich so richtig nimmt so richtig eine packung kassieren ihr wisst schon was ich meine anstatt es dann so so eng wird und dann auch noch so dusselig eng wurde am ende es wurde wirklich dusselig dusselig am ende dusselig geht schon bald nicht mehr und es hat mich auch unheimlich geärgert was ist eigentlich hier hinten hat er ist dann der minik auch nicht schlecht der minik wohl dem hat sie gerissen der hat hier noch gut getankt riesenbombe aber queen auch nicht mehr zündbar aber ich denke mal da die lücke hier ja schon frei ist müssen die jetzt nicht noch durch eine mauer die bodentruppen werden in jedem fall komplett denke ich mal sterben dafür ist der x bogen einfach ein bisschen zu schnell was die dps angeht und deswegen wird das sicherlich die queen regeln jetzt kommt schon der x bogen steht auf boden luft glaube ich ja und der hat jetzt schon gewechselt okay da können doch jetzt die kleinen bogenschützen das machen also schöne drei sterne hier hat er gut gemacht und ich gehe mal rein in die kriegskarte für euch ihr seht 73 73 das ist ja erstmal noch keine das ist noch keine aussage ist wirklich mal sagen das ist noch keine aussage ich gehe mal ich wir machen wir gehen mal von oben vor würde ich sagen dann sehen wir mal ein paar klaren kriegsangriffe hier gegen einige dörfer und da seht ihr auch schon so ein bisschen warum es ein eigentlich dann ärgert denn der gegner hatte echt low basis oder sagen wir mal so max out basis kennt ja diese typischen neuner außer mauern und helden und womöglich truppen auch das sehen wir gleich am ende das sehen wir gleich am ende das ist auch truppen mäßig da habe ich auch gedacht warum hast du das eigentlich draußen warum machst du das und warum tust du dir das an jedes dorf durchzumexen ist doch gar nicht notwendig ja eigentlich hätte ich da die einsicht tatsächlich gehabt und habe auch gedacht warum max ich eigentlich immer alles durch wenn der gegner es ja auch nicht macht keine ahnung und auch gar nicht machen braucht naja wir gehen immer weiter rein also erstmal ein bisschen gefangelt hier mauerbrecher kommen jetzt doch mal endlich hier durch da habe ich jetzt auch alles gegeben der gegner hatte golems in der klaren burg was sicherlich nervig ist so ähnlich wie wie auch ein eis golem allerdings dann doch nicht ganz so effektiv weil jetzt auf meine queen da schießen jetzt mal drei defenses drauf man sagt ja immer so maximal drei vier defenses auf der queen egal was es ist dann übersteht die das in jedem fall mit den heilern und fanden ist mir hier super gut gelungen würde ich sagen king musste ich allerdings dafür zünden sonst wäre mir die queen doch wieder nach außen hin geritten und jetzt haben wir noch außen x bogen bis zu dem zeitpunkt hatte ich jetzt auch noch keine keine einzige luftabwehr da geht jetzt die erste dauerung okay da kommen die ersten fallen und jetzt musste ich mich ein bisschen sputen sonst etwas von der zeit nicht gepasst denn mein zweiter angewalt an time fail und hat uns auch ein stellen gekostet ja muss ich auch dazu sagen schuldig fühle ich mir jetzt nicht das kann immer passieren dass man ein time fail macht auch auf niedrige basis weil du ein bisschen zu spät mit deinem hauptpart anfängst und auch hier lief ich so schon so ein bisschen fast gefahr dass ich hier wieder in ein time fail reinkommen aber meine loons jetzt immer entgegengesetzt des fegers ist eigentlich auch nicht mein ding aber ich wie gesagt ich muss sie irgendwann mal mit dem lalun part anfangen sonst wäre ich hier in die zeitfalle geschlittert und hätte hier in time fail hingelegt denn keiner meiner lavahunde glaube ich da ploppt er auf und dann dadurch doch einer einer ist glaube ich aufgeploppt ne und dadurch habe ich jetzt ein wenig zu wenig clean aber eigentlich rechnen sie damit dass die laver papps doch da hinten habe ich mal aber habe sie gerade also einer ist aufgegangen geht der zweite auch noch auf hast natürlich noch mal ein paar mehr welpen hier mit in der base aber ist noch mal gut gegangen und er steht immer noch unentschieden ja er stand immer noch unentschieden wir gehen mal ein bisschen weiter nach unten ich muss mal eben schauen im cameo hier ich hatte auch schon dann dann selber gesagt okay der im cameo konnte hier sogar neuner machen achter machen auch nicht schlecht das dürft das dürft kommt mir bekannt vor ich glaube das habe ich auch zumindest habe ich das bei meinem achter im repertoire wie macht er das hier er geht hier komplett mit drachen rein aber auch noch auf rathaus level 8 niveau auch die lund sind noch rathaus level 8 niveau wir halten auch nicht wirklich viel aus klar mit dazu gesetzt und er hatte vorher glaube ich eine luftabwehr weggeblitzt ja den blitz zauber den gucke ich mir noch mal genauer an bei den bei den rathaus stufen 8 und 9 denn da ist er doch noch doch noch gängig ich hatte ja vor kurzem gerade so ein achter video gemacht beste armee etc da habt ihr mir glaube ich auch genannt dass nach wie vor drachen die blitz zauber eine gute option sind mir fehlt dann immer irgendwo was mir fehlt dann immer irgendwie so ein zauber aber ich will mal eben was testen zu gehen oder da check ich jetzt gleich mal ich weiß gar nicht ob das weiter läuft ich habe mal gerade was gecheckt denn ich muss teilweise gar keine katz machen ich kann die aufnahme einfach pausieren hier aber ich glaube das hat gar nicht geklappt das muss ich jetzt mal eben checken ob das funktioniert hat oder nicht denn ich sehe also ich gehe mal raus und mache jetzt doch mal gerade mal gucken ob er diese pausen gemacht hat okay war nicht mit drin hat irgendwie nicht funktioniert keine ahnung es gibt hier eine pausen funktion aber die scheint nicht wirklich zu funktionieren lehler zeige ich euch mal nicht mikro button wir gehen ein bisschen weiter nach unten er steht immer noch 73 73 also jeder clan hat zwei sterne aufgelassen und was hat der mikro button hier gemacht oder ist aber eine kompakte base auch geschickt hat er bestimmt nicht gesehen dass da unten eine luftabwehr ist da gehen natürlich jetzt erst mal die kolams drauf aber ich denke mal 20 hog rider in der kompakten base und ihr habt es jetzt auch gerade gesehen dass unser gegner auch nicht in jeder clan book club truppen hatte das kam auch noch dazu denn bei uns waren die klaren burgen wie immer schön befüllt hier hinten schon mal ein zauber geschweckt dicke finger ok kennt man man kennt ihn dem mann mit oder dem mann oder der oder der frau mit dicke finger ok da hatte die schon mal richtig weg ist weg dabei hat noch zwei heilzauber und in der super kompakten base hier da brennt jetzt auch nicht viel an denke ich mal das ist ein kleines kleines dörfchen und 20 hog rider die schick sie hier ist noch so ein bisschen zum clean up mit rein denn ich denke deck der king und die magier die hätten das hier auch alleine geschafft hat nur ein bisschen gedauert also noch mal die hoxie mit rein gespammt und da hätte man die auch mit luft denke ich mal machen können also etwas günstiger vielleicht nicht zur dunklen armee greifen sondern dann doch eher zur elex armee aber je nachdem was einem so fehlt oder man will halt auf ganz nummer sicher gehen im ck denke ich mal nutzt man die truppe die man für sinnvoll erachtet eine base zu machen ob es dann auch mit anderen truppen geht ja sicher diese base die wir auch mit luft gegangen ohne ohne probleme also mit ohne drachen aber das ganz ganz gut gemacht und eigentlich wollte ich aber noch zeigen von hier unten nügen nügen ist sieben auf sieben jahr das ist sieben auf nähe sieben auf sechs zwei luft ab wären ja okay aber mit zweier drachen gucken wir mal ich mache das mal im schnelldurchlauf auf voll auf eine stelle gesetzt okay und okay wenn dann natürlich nur noch wenn du eine luftabwehr nur noch hast dann ist der rest hier natürlich auch für zweier drachen eingefundenes fressen da kann sich so eine base nicht wirklich gegen wehren okay das war ich glaube das waren 6 dem fehlt dann noch eine luftabwehr um sich gegen die übermacht hier zu wehren also auch im unteren bereich brennt hier bei uns nach wie vor nichts an wir suchen übrigens ein paar nachwuchsmember hier also immer noch aufnahmen ab rathaus 6 bis rathaus 9 spielen wir im moment die cks hintergrund ist dass wir haben zwar schon so den ein oder anderen 10er bei uns in den reihen allerdings vielleicht ein bisschen zu früh hochgegangen und wir haben so ein bisschen angst dass wir jetzt ein mismatch bekommen ich zeige euch aber einen angriff vom gegner auf mich der mich auch besonders geärgert hat muss ich sagen 98 prozent das ist in ordnung aber irgendwo zweifelst du dann daran warum baue ich eigentlich meine base so stark aus wenn der gegner hier mit low helden kommt dreier walküren und zweier golems okay dann kann man eigentlich nur sagen hat er gut gemacht hat er gut gesehen hier lavahund wäre vielleicht in der clan buxiniger gewesen um die queen noch mal ein bisschen mehr abzulenken und auch die magier denn es leben gleich gar nicht mehr so viel magier aber sei es drum was ich dann ganz ganz spät erst gesehen habe dass mein gegner eine karre hat okay die hatte er vorher nicht das heißt er ist währenddessen hier zehn geworden hat schon mal ein zauber mehr ihr seht das unten hat fünf große zauber und kann dementsprechend natürlich die dreier walküren hier gut durch heilen und hatte in der karre auch noch walküren also das hat mich schon ein bisschen geärgert die base ist gar nicht mal so schlecht sie sieht zwar sehr schlecht aus aber ist eigentlich gar nicht so schlecht unten musste dann leider doch irgendwo sagen na ja da gut angegriffen und dann hat da habe ich dann schon wieder an meiner ewigen mexer rei so gezweifelt weißt du wenn der dich hier schon fast niederringt mit 100 prozent mit zweier golems dreier walküren klein helden die so halbwegs auf rathaus 9 niveau sind dann ja die 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 oder die verteidigung die ich dann wahrscheinlich gegen 10 hatten hatte die waren dann alles schlechte angreifer oder was naja also muss ich jetzt schon sagen mich hat ja ein 10er angegriffen hurra der aber längst der eigentlich 240 truppen hat oder so aber er hatte die karre dabei da kommen auch noch mal ein paar walküren glaube ich raus und trotzdem war das hier ja es hat mich wie gesagt ein bisschen geärgert ich muss die base vielleicht doch tauschen und habe dann gedacht haben wir wirklich so schlechte bases oder ist der gegner jetzt wirklich so gut und ich glaube das erste war's der gegner war nicht der gegner war ganz gut und wir haben schlechte bases so muss man sagen oder nicht so effektive bases außen lebt jetzt noch so ein bisschen was war weil küren gehen hier unten noch rum ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein und der golem tänkte jetzt noch geht jetzt der kann da am lager vorbeigehen ist mir noch gar nicht aufgefallen dass da eigentlich dass da über platz ist wieso geht der da nicht rum oder das ist ein bug weiß ich nicht der konnte da einfach so vorbeigehen zwischen zwischen mauer und und dem und dem lager eigentlich ist es gar nicht möglich weil da ist gar kein feld frei um her zu gehen muss man das doch doch vielleicht mal melden könnt ihr mir in die kommentare unten reinschreiben ist das jetzt ein bug oder warum ist das so ist mir beim ersten mal angucken auch schon aufgefallen dass er da unten so her latscht und nicht rum geht um das lager aber sei es drum der gegner hat ihren time fair hingelegt er hätte es vielleicht sogar geschafft der heilzauber war nicht ganz optimal denn die laufen da wieder raus die beiden walküren hier und mit zwei sekunden mehr oder drei sekunden mehr zeit hätten die die beiden gebäude auch noch gemacht dann hätte ich hier noch 100 prozent kassiert aber so 20 98 prozent und das result hier ist eigentlich das ist das ärgerliche 99 prozent zu 99,2 prozent 0,2 prozent hurra naja was willst du machen wir wir sind wir sind wieder auf dem weg die 20 20er winstrieg wieder herzustellen denn wir haben mittlerweile schon wieder den klang krieg glaube ich danach haben auch wieder gewonnen ja da seht das also so so sieht das eigentlich schick aus und dann kommt hier dann kommen die winners ja eigentlich sind keine winners gewesen wir waren nur ein bisschen dusseliger und hätten vielleicht den einen stern noch geholt mein letzter time fail gehörte da vielleicht auch mit dazu dass es leider nicht so war und aber was willst du machen einmal ist immer das erste mal und wir geben hier in jedem fall nicht auf also wie gesagt wir suchen hier so ein bisschen nachwuchs ich glaube nach wie vor feel free to town hall 6 bis 9 ihr könnt ihr ruhig mit anderen reingehen wir nehmen euch aber nicht mit in die klankriege und auch nicht mit in die liga das sei an der stelle mal gesagt wenn wir die ersten sind hier die ganz gut auch im rathaus 10 bereich dabei sind werden wir das ganze sicherlich aufstocken warum ab rathaus level 6 weil ihr ab rathaus level 6 die klanspiele mitspielen könnt und kleine kleinere dörfer haben wir jetzt auch nicht mehr also kommt ihr ruhig rein wir sind hier im moment 4 von 33 33 leute werbung auf ok das war bis hierhin ich wollte das doch noch festhalten ich wollte das erst gar nicht machen weil es mich so angekotzt hat dass es so gekommen ist mit der niederlage aber ich habe jetzt dann heute morgen doch gedacht da kommen bevor der krieg raus läuft zeigst du der großen weiten welt draußen was hier passiert ist ja einmal das erste mal erste niederlage aber ich hoffe ihr bleibt bei mir am kanal mit dabei dran wenn ja dann lassen wir einfach am ende das ist nämlich jetzt ein daumen nach oben da abonniere nicht vergessen glocke stellen und auch ab und zu mal auf tisch vorbeigucken wenn wir dort ein wenig stream und ich sage schön wochenstadt leute bis dahin euer toto fest